Hallo Leute, willkommen hier bei einer weiteren Folge von Let's Battle mit Slime Smith und Breaklight und wir sehen wie mal wieder mal mit dem Tatsunpaket Gredoku und ja wir battleen hier jetzt mal und der Rest ist ja wahrscheinlich schon klar. Ohr, hättest du wohl gerne. Komm ja, und sie machen uns jetzt hier extra in der Stadt, damit wir, ah, damit wir, weil hier ist die Stadt größer, damit wir uns besser verstecken. So, jetzt geht's. Okay, wenn wir leckst, war ein bisschen das so, aber ich denke, ich finde, let's play on skin. Jo, wollt ihr auch noch was sagen? Ah, ich blute, ich blute! Oh, fertig! Äh, ausreichend Manöver, schlagen, klagen, los, 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 los. Wieder mal gut zu uns. Im Nebenwirkus.adurast du, was machst du, ich habe Support, dann scheiße. Äh, ah, Keu, es ja, da ist so jetzt komm. Äh, äh. Äh, äh, ja, ja und die die was wir zu machen was wir nicht so viel mehr mit das ist das ist ja und wenn ich mich dass sie jetzt schießen wollen wo sind es mein Sachen bei mir und das das ist so weit Kostmann Prozent ja diese Art die Schäden für die Woche das ist ja in dem Individuen beschreiben die ich weiß nicht ich schlagt ins Gesicht Brust Warte kurz brauche kurz neun Helm und neun Schuhe ok Fick dich ins Knie was macht ihr nettes von mir hast bitte der Zeit schlage ich dich jetzt mal voll in die Fresse äh äh so viel hat er auch mit Lens ein zu uns sind und die ihr Leben und sicherlich im okay es kann weitergehen Rekordstück es ist die Klinik er kommt dann fest Ui nicht so viel Damage los lang nicht das sieht man gar nicht so viel wenn nicht so schütze er hat verblüht er hat und er Prozent er doch war da umsteht man ich es ist die jetzt in der Wattin ist nun den Prozent das geht aber gut so ja es sei die Anlage eben Korn ganz der KT es ist trotzdem sonst es ist es ist es ist es ist es ist es ist abkommt es auch so alles es ist ein Herz von mir sehen und da mal richtig hinhören selbst immer wieder oben ja sie passen ich mich ins Knie was bist du auch und und ich meine 1 na schreibt bitte in die Kommentare wie euch das wie dir gefällt jetzt kommt aber jetzt kommt aber hier jetzt kommt aber hier jetzt kommt es nicht Prozent die Kitschkeitscheid als Kölzer der Welt das geht es aber gar nicht das geht es aber gar nicht als sie wegen dem Feuer nichts Prozent 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 aber auch vor Ort und auch nicht es ist das schlapp ja ja das war ein das war die malen ja ja auch schon in deinem kreis ex als er wird mit er wird ja auch sein alles ist es ist von mir ist Prozent ein da kommt den Markt wo es sich Prozent wenn wir sind das den Punkt gar nicht Prozent Prozent das Schreiter im Kommentar und er ist es nicht sicherlich dass ich mir schon bekannt wir haben das muss es hier nur so lecken Prozent er ich bin ich bin Kuhn da hat mich von hinten ich bin ich glaube ich verpiss mich erst mal mach du das weh das ist ja was nicht okay wo seid ihr denn ja seid ihr da Prozent muss nicht mehr so viel damage n als ein Mann war erfolgreich und es ist wichtig doch gerade der der immer stirbt ich bin nicht immer gestorben Nuss Nussgau e es ist ein kleines Prozent auch da das lustige Anliegen zu können ist man verliert Blut wenn man geschwanden wird Sebastian ein kleines Vorführung ja das sieht man so ist schon die ganze Zeit vielleicht auch nicht ja Junge was ich hab keinen Game-O-Drehen Prozent Prozent Knie das ist er es ist ab und lehrt das ist niemand der dauerabwehr ja aber so dass sie mit aus dem Monat was bei der Nähe ab und weil ein die Schlaupten und dann im Saar schläft und schläft ihm so ich hätte mich nicht so leicht los doch in der Haare hier ist ich möchte das ist oee das Leben ja kommt im August was seid ihr denn ihr wo seid ihr denn die Euro da ist sie von uns ihr kennt I'll I'll control issues old Oman Oman ok of the guest I it's 8 8 3 in allem für mich auch dagegen in aber auch das ist die nicht jetzt ex und schweiß so dass ich es nicht da hier die r das ist ja auch noch nicht mit den Blutzenen er kann weitergeht n da Aha. Amen! Kann ich auf? Jetzt haben wir hier raus, ich denke, wenn ich mich nicht mehr freu. Hey! Das war gerade noch für Polen. als als erledigt nun es ist nicht die tisch ablauf ablauf hier Da ist er so, da ist er so. Oh ja. Nein, nein, du hast ja nicht mehr Zeit. Ah du! Du wirst ja nicht mehr. Was ist das? also wollen Sie mal das letzte Pläden wir sind es bei 15 Minuten weil ich noch so in der Sprechstraße so fünf Stunden dauert bis zu planen dann ein paar die letzten Schläger jetzt steht es der Unruhe der letzten paar Minuten laufen Prozent und er hat eine Minute ist die Entschloss Minuten okay ja Ja, ich jetzt kann mehr. Verdammt noch mal. Wo bist du? Dann werden wir mal die Endphase ein. Klinik runter. Ah, das ist der Mann. Aber jetzt, wir leben müssen noch kaum. Menno, okay, ich bin gestorben. Scheiße. Ich erwarte euch von... Gut, äh... Breakline hat gewonnen. Warst du dafür gegessen? Dann hat er gewonnen, nur mit Glück. Scheiß drauf. Das nächste Mal gewinnt ich. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ja. Und eben. Schreibt es einfach in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Ob wir es anders machen sollen. Ähm, ohne Russie, sondern nur mit Fäusten, Holzschwertern oder was auch immer. Nur mit Pfeilen. Und Snipern. Wie auch immer. Naja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Wollt ihr vielleicht auch noch tschüss sagen oder nicht? Ja. Tschüss. 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 Tschüss.